Meine Familie, falls die Russen mich, ich muss hier weg. Kommende Generation, dankbar sein! Meine Familie, falls die Russen mich, ich muss hier weg. Wir haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschern erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generation dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Die Armee wird nicht zurückgenommen. Von mir her.